Kein Klimawandel durch Menschen. Putin beim Arktisforum 2017. Immer mehr Menschen zweifeln daran, dass der Mensch allein für den Klimawandel verantwortlich sein soll. Auch in der Wissenschaft herrscht keineswegs Einigkeit zu diesem Thema, wovon auch die Politik nicht unberührt geblieben ist. Selbst der Chef der US-Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, bezweifelt, ebenso wie US-Präsident Donald Trump, dass Industrie, Verkehr und andere menschliche Aktivitäten primär für die globale Klimaerwärmung verantwortlich sein sollen. Die nordrussische Stadt Achangels veranstaltete dazu 2017 ein Arktisforum. In einem offenen Diskurs über den aktuellen Forschungsstand nahm sogar Präsident Putin Stellung zum Klimawandel. Dazu schalten wir zu unserer russischen Korrespondentin nach Moskau. Auf dem Arktisforum in der nordrussischen Stadt Achangelsk äußerte sich Präsident Putin darüber, dass das Gletscherschmelzen bereits jahrzehntelang anhält. Die derzeitige Klimaerwärmung habe schon in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begonnen. Den Klimawandel aufzuhalten sei seiner Ansicht nach daher unmöglich. Der Klimawandel habe mit globalen Zyklen auf der Erde zu tun. Es seien wiederkehrende Zyklen von Erwärmung und Abkühlung. Vielen Dank nach Moskau. Sollte sich bewahrheiten, dass die weltweiten Klimazyklen weder etwas Außergewöhnliches sind noch gestoppt werden müssen, drängt sich einem die Frage auf, was geschieht mit den Milliardeneinnahmen der Staaten, die einzig auf dem menschgemachten Klimawandel basieren? Und wenn alle anderen, die von der Partei verbreiteten, Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell 1984 1988 wurde der Weltklimarat IPCC von der UN ins Leben gerufen, mit dem klaren Auftrag zu beweisen, dass ein Klimawandel vorliege und dieser Menschen gemacht sei. Mit speziell geschriebenen Computerprogrammen sollte nachgewiesen werden, dass die Welt durch eine steigende Erderwärmung in einer Klimakatastrophe enden würde. Hauptverursacher sei das angeblich umweltschädliche CO2, wie von Politikern und Hauptmedien seit Jahrzehnten gebetsmühlenartig vermittelt wird. Eine Vielzahl namhafter Wissenschaftler weist Manipulationen in den Messungen und Auswertungen nach und sieht für den Klimawandel aber ganz andere Ursachen und Zusammenhänge. Prof. Dr. Werner Kirstein, ein erfahrener Klimatologe, ist eine dieser Gegenstimmen. In seinem Vortrag Erdklima versus Mainstream-Medien, den wir gleich im Anschluss zeigen, erklärt er fundiert und sehr anschaulich die Zusammenhänge von Erdklima, Erderwärmung und CO2 aus einer ganz anderen Sichtweise. Die propagandamäßige Arbeitsweise der offensichtlich gleichgeschalteten Medien wird in diesem Vortrag ebenfalls beleuchtet. Schauen Sie nun den Vortrag und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Ja, meine Damen und Herren, ich will heute mal hier im Nuoviso-Studio, wo ich ja schon öfter war, über das Erdklima versus Mainstream-Medien reden. Ich hatte schon vor einiger Zeit mal hier besprochen über Erdklima versus Klimapolitik. Das ist ein ganz anderes Thema, aber wir werden gleich sehen, dass die Mainstream-Medien, wie die sich verhalten zum Thema Klima, Klimakatastrophe oder Klimawandel, wie auch immer. Und ich fange mal an mit einer Grafik, die ich selbst als Schüler schon und als Student natürlich auch gelernt habe über die natürlichen Klimazonen der Erde. Das ist heute immer noch so, da hat sich nichts mehr geändert. Trotz angeblichen Klimawandels sind diese Klimazonen immer noch da, so wie sie heute auf dem Bild hier auch stehen. Gut, ich flage vielleicht noch dazu. Hier unten, ich bin Klimatologe, also dieses Fach habe ich als Student schon mir ausgesucht und habe da sehr viel darüber gearbeitet. Und auch in meiner Doktorarbeit und Habilarbeit geht es immer um Klimavariabilität. Ich denke mal, dass ich lange genug, über 40 Jahre der Erfahrung habe, auf diesem Gebiet, um hier sprechen zu können, über dieses Thema. Gut, so sah es also aus. Das muss ich jetzt nicht erklären. Das haben wir damals gelernt als Studenten. Klimaklassiker sind nach Köppen, nach Trollpaffen und so weiter. Das sind die klassischen Klimatologen. Während wir heute ja Klimawissenschaftler haben, Klimawissenschaftler, die also die Klimatologie nicht so gelernt haben, sondern Physiker sind oder was weiß ich, theoretische Physiker sogar, oder Modellbauer, die also diese Modelle konstruieren. Und hier geht es eigentlich um das klassische Klima, was man früher also gemacht hatte. Von Hand wurde das alles zu sich die Karten erstellt und gerechnet, die Mittelwerte. Das ist ja alles ein Rechenprozess. Heute geht das mit dem Computer. Aber rausgekommen ist, wenn man nicht in die Zukunft reinschaut mit den Modellen, dann ist es eigentlich das Gleiche, so wie es jetzt ist. Aber was wird uns erzählt, wie das Klima aussehen könnte? Vor allen Dingen jetzt in den Medien. Ich werde mir also hier ARD und ZDF vornehmen, weil mit denen hatte ich auch Schriftverkehr eine Zeit mal und habe mich gewundert über die Berichterstattung zum Thema Klima. So sieht es also heute aus. So soll es in 100 Jahren aussehen. Aber soll, das ist die entscheidende Betonung. Die Medien machen da natürlich kräftig mit. Und wie wir gleich sehen werden, zeige ich also einige Sachen, die in den Medien hier präsentiert werden. Ja, das ist nochmal das Klima oder die Klimate, die ich vorhin schon angesprochen habe. Ganz grob jetzt hier, nicht so detailliert. Polarklima, gemäßtes Klima. Mediterranes Klima wird manchmal dazugenommen. Und das Subtropenklima und schließlich das tropische Klima. So, das lernt jeder Schüler eigentlich heute, Gott sei Dank immer noch. Und ich habe nochmal dazu geschrieben, in welchen Lebensräumen der Mensch ständig lebt. Beispiele hier, Jakutsk, von minus 40 Grad im Winter bis plus 18 im Sommer, Mittelwert 10 Grad, minus 10 Grad Celsius. Und für die anderen, Berlin, das kennen wir alle, von minus 1 bis plus 18, Mittelwert ist plus 9 in Berlin. In Leipzig ist das auch so hier. Dann Athen, militerranes Klima, Mittelwert plus 18, also schon doppelt so hoch wie in Berlin. Plus 18 Grad, wir fahren ja gerne nach Athen und in den Mittelmeerraum, weil es da eben so angenehm warm ist. In Algerien ist da nicht mehr so ganz toll, 25 Grad Mitteltemperatur. Da geht es gar nicht, wie wir hier sehen, schon geht es erst los bei 15 Grad bis 37. Und im tropischen Klima gibt es also in Indonesien plus 27 Grad Celsius als Jahresmitteltemperatur. Gut, was ein Faktum ist, ist, dass es in der Vergangenheit, ich gehe mal hier zurück bis 600.000 Jahre, schon sehr häufig Kaltzeiten, dann Warmzeiten, dann wieder Kaltzeiten, dann Warmzeiten, Kaltzeiten, Warmzeiten, Kaltzeiten. Und da sind wir heute in der aktuellen Warmzeit, im sogenannten Holozän, also in der Nacheiszeit. Ich habe die mal hier gekennzeichnet, mit Elbe, Elste, Saale, Weixen, so haben wir das damals gelernt. Heute wird es ein bisschen komplizierter, vor allen Dingen hier, die sind gut gesichert und hier ist es etwas komplizierter geworden. Sie sehen das ständige Auf und Ab, also Elbe, diese Bezeichnung ist verschwunden, Menap, Eiszeit wird hier differenziert, das muss lieber nicht darauf eingehen, ich mache hier sehr gerne Klimakunde. So, dazwischen immer Kaltzeiten und die großen Klimaschwankungen also während des Pleistozents, der Eiszeit, man sieht also, es ist fast regelmäßiger Wechsel, fast regelmäßiger Wechsel zwischen Warmzeit, Kaltzeit, Warmzeit, Kaltzeit. Dann gibt es hier noch so ein paar Warmzeiten, auf die gehe ich aber jetzt nicht ein, ich will es aber nicht unerwähnt lassen. Entscheidend ist jetzt folgendes, dass in der Ebenwarmzeit, das wäre die vorletzte, wir sind heute hier, in unserer Warmzeit, Eben ist hier, vor 130.000 Jahren ungefähr, steht hier, war es deutlich wärmer als heute und der Meeresspiegel war 2-3 Meter höher als heute. Also was wir heute erleben, ist nicht unwahrscheinlich warm oder der Meeresspiegel ist bedrohlich, sondern es war schon viel wärmer. Übrigens, ich komme da gleich noch mal auf dieses Thema zu sprechen, aber gleich mal vorne weg, gibt es den Eisbären seit etwa 600.000 Jahren, neueste Forschungsergebnisse haben gezeigt, der ist kein junges Tier, sondern existiert schon sehr lang auf der Erde. Das wäre also hier ungefähr, in dem Zeitraum tauchte der Eisbär auf und hat diese ganzen Warmzeiten, auch die sehr warme Warmzeit vor 130.000 Jahren, eben das eben problemlos überlebt. Es gibt also keinen Grund, aber da komme ich später noch mal drauf zu sprechen. So, hier ist die Differenz, letzte eben Warmzeit, hier die rote Kurve ist schlecht zu sehen, vor dem braunen Hintergrund. Hier ist das Maximum und heute ist das deutlich tiefer, die Temperatur. Hier ist der Maximalwert für die jetzige, derzeitige Warmzeit, die wir gerade haben. Also es war schon deutlich wärmer. Alter, ich habe noch was vergessen, noch hier, das CO2, müssen Sie sich noch ansprechen. Das CO2, wie man sieht, geht immer mit. Es ist warm, CO2-Anteil ist hoch, es wird wieder kalt, er sinkt ab, es wird wieder warm, er steigt wieder, in der Kaltzeit sinkt er wieder ab und so weiter. Es ist ständig hin und her gegangen und das war einer der Punkte, wo man gesagt hat, ja, das ist der beste Beweis, dass das CO2 verantwortlich ist für diese Temperaturschwankungen. Ist nicht ganz so. Es hat sich also gezeigt, dass es genau umgekehrt ist. Das kann man auf dieser Skala aber nicht erkennen. Der Maßstab müsste hier geändert werden, viel weiter aufgelöst werden. Es ist nämlich so, dass erst die Temperatur steigt, hier, und dann kommt das CO2 hinterher. Mit einer Verzögerung von 1000 Jahren ungefähr bis 600 Jahre manchmal. Also genau genommen ist es ganz umgedreht. Erst die Temperatur ist da und wenn die Temperatur steigt, kommt noch mehr CO2 und wenn die Temperatur sinkt, verschwindet das CO2 wieder in den Meeren, wird aufgelöst. Das nur noch mal so zur Erläuterung, denn das ist nachher wichtig. Ich komme noch mal drauf. Übrigens hat Al Gore in seinem Film eine unbequeme Wahrheit, auch das auch das Argument gebracht, nein, das vorherige, und sagt, da sieht man es doch, ist doch ganz deutlich zu sehen, dass also hier noch das Klima und die Temperatur gesteuert wird vom CO2. Einer der Fehler in diesem Al Gore-Film. Dieser Film wurde ja gekauft von, ich glaube, Gabriel, Sigmar Gabel hat den gekauft gleich. Auch da ein Hinweis, Klimawandel hat viel mit Geld zu tun und das wird also in den Schulen erzählt. Wer aufpasst, wird dann aber dieses jetzt hier sehen und sagt, das hat gar nicht mehr zu tun, es ist eher umgekehrt. Gut, mal ganz kurz noch mal mit dem CO2. Es geht also, wenn es kalt ist, geht das CO2 in Eiszeiten in großen Mengen aus der Luft in die Ozeane. Das CO2 ist ja wasserlöslich. Ich weiß nicht, ob hier jetzt Kohlensäure drin ist. Das ist ja auch CO2. Ist also löslich da drin und wenn es warm wird, in der Warmzeit, kommt das CO2 wieder raus, geht in die Atmosphäre und es gast sozusagen aus. Das ist der Effekt, der dahinter steckt, muss man mal dazu sagen, weil viele dann fragen, ja warum ist das denn so? Warum folgt sozusagen die CO2-Kurve immer der Temperaturkurve? Da gibt es also, das ist der einzige Grund, der dafür in Frage kommt. So, ganz kurz noch, dann bin ich fertig mit dem Klima eigentlich und komme dann zu den Medien. Nochmal CO2 sehr früh, 600 Millionen Jahre, jetzt nicht 600.000 wie vorhin, sondern 600 Millionen Jahre und da sieht man, dass die Temperatur eigentlich nie besonders hoch war. Sie ist nie über 22 Grad rausgekommen. Ist einmal abgesunken, das war eine Kaltzeit hier, eine Eiszeit im Ordoviz. Dann war sie wieder so ungegriffen dem Niveau. Dann kam hier die permokarbonische Eiszeit. Hier, Perm und Carbon, hat man auch mal in der Schule gelernt. Dann war wieder normal und dann gab es hier wieder eine Kaltzeit zwischen Jura und Kreide in dieser Zeit und heute haben wir ja diese 600.000 Jahre, dieser ständige Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten. Und das CO2 hat also schon viel höhere Werte gehabt. Es war bei 0,7% und heute ist es bei 0,04. Also hier unten ist das CO2 bei 0,04 auf dieser linken Skala hier. Ja, das ist ein Unterschied von fast 20, 19 Mal so hoch war das CO2 und wir sehen hier übrigens keinen Treibhauseffekt. Es wird oft gesagt, ja, dann müsste der Treibhauseffekt doch schon früher auch stattgefunden haben. Die Temperatur bleibt hier unten und wir haben sehr hohe Spitzenwerte von CO2. Nirgends ist zu erkennen, dass hier so langfristig das jetzt nimmt, bis 600 Millionen Jahre zurückgeht, dass es da irgendeinen Zusammenhang zwischen Temperatur und CO2 gibt. Also auch kein Treibhauseffekt. So, jetzt nochmal die jüngste Zeit, also das Holozehn, das heißt die Nacheiszeit. Und hier ist die Eiszeit zu Ende gegangen. Trüers war eine der letzten Epochen der letzten Eiszeit, also der Weichseleiszeit bei uns in Norddeutschland Norddeutschland und Süddeutschland und in Süddeutschland ist es die Wirrmeiszeit. Von den Alpen ist ja auch die Schwankung Eiszeit und Warmzeit genauso parallel hergegangen. Auch in Nordamerika gibt es diesen Wechsel zeitgleich Eiszeit, Warmzeit, Eiszeit, Warmzeit. Ist also auf der ganzen Nordhalbkugel ganz leicht nachweisbar. Dann hat es mal sehr warme Phasen gegeben hier. 4.500 vor Christus im Atlantikum. Das war die Mittelsteinzeit. Dann die Jungsteinzeit 2.500 vor Christus. Zur Römerzeit, also zur Zeit Christi Geburt war es auch relativ warm. Und dann gab es nochmal das mittlere Optimum, also das mittelalterliche Optimum, Entschuldigung, das hier ungefähr bei 1.200 nach Christus liegt. Das war so die Zeit der Gotik bei uns in Europa. So, das ist der heutige Stand. Wir sehen also, wie warm es jetzt ist und dass es durchaus auch in der Nacheiszeit schon durchaus wärmere Perioden gegeben hat. Übrigens, der Eisbär hat diese auch alle durchgemacht und überlebt, diese wärmeren Zeiten als heute. Ja, das ist also von der Eiszeit bis zur Warmzeit laufen etwa, das ist ja nebenbei mal bemerkt, 20.000 Jahre. Und wenn man von einer Kaltzeit in eine Eiszeit oder von einer Warmzeit in eine Kaltzeit geht, das dauert viel länger. Mit anderen Worten, wir sind ganz schnell immer in der Erde gewesen, in einer Warmzeit, relativ kurz, 20.000 Jahre. Und dann dauert es sehr lange, bis wir auf den Tiefpunkt einer neuen Kaltzeit angelangt sind. Die wahrscheinlich, sage ich mal, keiner weiß das, ich wage mich da nicht so weit raus, möglicherweise aber kommen wird, wenn man sich die Regelmäßigkeit anschaut, dann ist zu erwarten, dass auch wieder eine Kaltzeit kommt. Und das geht dann eben sehr, sehr lange. Wir werden es bestimmt hier nicht mehr erleben, aber vielleicht nachfolgende Generationen. So, das ist die letzte Zeit jetzt hier von 1860. Wir sehen hier, dass die kleine Eiszeit, die ich eben erwähnt habe, war hier und dann wird es allmählich wärmer. Klar, wenn man aus einer Eiszeit, ob aus einer großen oder einer kleinen Eiszeit, rauskommt, dann muss es wärmer werden, sonst wären wir immer noch drin in der Eiszeit. Dann haben wir hier die jüngere Holozene-Warmzeit. Das Ganze ist ja Holozene-Warmzeit, aber hier ist eben jünger und 1980, man sieht, die Temperatur ist tatsächlich angestiegen. Ich würde niemals sagen, die Temperatur ist nicht gestiegen, sie ist gestiegen. Nur die Gründe sind natürlich hier, wenn das Eiszeit rauskommt und es wird wärmer, dann ist es ganz natürlich, dass es wärmer wird. Die Ursache ist der Punkt, das, was man hier sieht, ist eigentlich ganz natürlich. So, nochmal kurz auf den Treibungseffekt, weil da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich habe hier aus einem Kinderbuch mal den Treibhauseffekt herausgenommen. Man sieht hier, CO2 kommt von Fabrikschornsteinen, von Industrieanlagen, von LKWs, PKWs, aus Häusern, aus dem Hausbrand. Die Einstrahlung der Sonne kommt hier, dann wird sie reflektiert an der Erdoberfläche, geht als langwilligere Strahlung nach dem Wienischen Verschiebungsgesetz wieder zurück in die Atmosphäre und soll dann nach dem Treibhauseffekt hier wieder zurückkommen, weil es hier an CO2 eine Reflexion gäbe. Diese Rückstrahlung hat erstmals Arrhenius 1896 gefordert oder erkannt oder auch wie er immer darauf gekommen ist und angeblich soll also, haben wir heute 15 Grad ungefähr Celsius im Mittel und ohne diese Rückstrahlung wären das minus 18. Diese Rechnung hat sich als falsch erwiesen, obwohl das überall in vielen Lehrbüchern und Kinderbüchern oder Schulbüchern drinsteht. Er wurde nämlich bereits 1909 widerlegt durch Robert Wood, dass dieser Treibhauseffekt so, diese Rückstrahlung so gar nicht stattfindet. Was passiert stattdessen? Ich muss das zurücknehmen. Was passiert? Natürlich kann CO2 oder auch H2O kann hier Energie aufnehmen durch diese Rückstrahlung. Aber was passiert? Es kommt nicht zurück. Warum soll es zurückkommen zur Erde? Sondern es geht in alle Richtungen, diffus wird es gestreut. Die Energie, das ist ein physikalisches Prinzip, kann doch nicht nur in eine Richtung gehen. So ungefähr hier, wenn ich hier so eine Senkrechte legen würde, Einstrahlungswinkel gleich Einstrahlungswinkel. Da hat einer was nicht verstanden. Das gibt es in der Optik an Spiegeln, aber an CO2-Molekülen wird das niemals stattfinden. Also der Effekt, der ist, wenn man dann sagt, okay, es gibt da eine Energieübertragung an die CO2- oder an die H2O-Moleküle, dann passiert das so, aber kommt hier unten mit Sicherheit nicht so an, wie das Arjenus sich gedacht hatte. Ja, in einschlägigen Lehrbüchern ist diese, der theoretische Physik ist dieser Treibhaus auch nicht zu finden. Der Treibhaus-Effekt, wenn man gesagt hat, das können wir so nicht übernehmen, das ist zumindest noch umstritten, aber es gibt inzwischen neuere Autoren, nicht Wood, das war ja schon sehr lange her, es gibt jetzt Tscheuschner und Gerlich, die eine theoretische Arbeit abgeliefert haben und zwar mit dem Titel die Falsifizierung des Treibhaus-Effektes. Falsifizierung. Das heißt, die widerlegen auf rein mathematischer, theoretischer Ebene, dass es diesen Treibhaus-Effekt, so wie er angenommen wurde, oder viele nehmen es immer noch so an, dass der gar nicht existieren kann. Das geht aber zu weit hier, das kann ich jetzt hier nicht erläutern. Ich muss auch selber gestehen, das ist sehr kompliziert. Ich habe es einem Meteorologen mal gegeben, theoretischen Meteorologen, der hat dazu gar nicht Stellung genommen, der sagte, da sage ich jetzt nichts dazu, war für mich alles klar, was der jetzt gemeint hat, warum er dazu nicht ist. Lehnt man sich zu weit aus dem Fenster, dann kann man irgendwie welche nachteiligen Karriereffekte eventuell damit erleben. So, jetzt das wirkliche Treibhaus, ich will nicht sagen, dass es einen Treibhauseffekt gar nicht gibt, sondern der findet statt in diesen Gewächshäusern. Da hat man also hier oben ein Glasdach, damit eben das hier nicht passiert, die Atmosphäre ist ja offen, da geht alles in alle Richtungen und hier sperre ich sozusagen die Wärme ein. Da geht also gar nichts mehr weg. Da kann man oben Fenster reinbauen und wenn es zu warm wird, dass man wieder die Wärme rauslassen kann. So, im Gewächshaus, das ist ein geschlossenes System, physikalisch gesprochen, geschlossenes System, hier offenes System, geschlossenes System. Ein Entweichen der sich erwärmenden Luft wird in den Glasflächen oder an den Glasflächen unterbrochen. Also im Glashaus wird die Temperatur geregelt durch Öffnen und Schließen von Fenstern. Das ist auch natürlich gut regelbar, während hier kann der Mensch ja gar nichts machen und es kommt ja auch nichts zurück. So, jetzt gehe ich nochmal auf den Bedarf von CO2-Pflanzen ein, von Pflanzen, die das CO2 brauchen. Der normale CO2-Gehalt liegt bei knapp unter 0,04%. Das hatte ich schon mal erwähnt. Und dieser Wert stellt für viele Pflanzen keine optimale Konzentration für die Photosynthese dar, sondern als für die Pflanzen optimale Werte werden CO2-Konzentrationen von 0,06, also mehr, als wir heute haben, bis hin zu 0,16% CO2 in der Fachliteratur angegeben. Heißt mit anderen Worten, wenn wir den CO2-Gehalt hier von 0,04% steigen ließen, was ja unterdrückt wird von der Politik und durch alle möglichen Maßnahmen und kämen hier beim vierfachen Wert an, dann hätten wir den optimalen Wert für die Pflanzen zumindest erreicht. Und für den Menschen ist das nicht schädlich, dann müsste das schon die CO2-Konzentrationen im 5%-Bereich liegen, das tut sie aber bei weitem nicht. So, Gemüsepflanzen übrigens verlangen tendenziell etwas höhere Werte als Zierpflanzen, das heißt also hier, die Gemüsepflanzen, die können hier mit den 0,16% gut umgehen. Ich habe dann mal, da muss ich mal kurz zurück, ich habe bei einer Islandreise ein Treibhaus besucht, da wurden Tomaten gezüchtet, Tomaten auf Island, das ist ja mal was anderes, und sah am Eingang so einen großen Tank, ungefähr so einen 5000 Liter Tank oder 3000 Liter Tank, weiß nicht, da stand groß CO2 drauf, da habe ich dann gefragt, was macht er mit dem CO2, ich wusste natürlich, was die da machen, mal gefragt, das leiten wir gasförmig hier ein in das Treibhaus, und ich sage, wie hoch ist denn die Konzentration? Und da sagt er 0,9, Entschuldigung, 0,09, 0,09%, das heißt, die haben etwas mehr als verdoppelt, das haben wir in der Vereinigten natürlich nicht, und der Effekt ist ein Düngungseffekt, und die macht das aus gutem Grund, haben gute Erfahrungen damit gemacht, unter diesem erhöhten, mehr als verdoppelten CO2-Gehalt wachsen die Tomaten viel besser, ich weiß nicht, ob sie besser schmecken, ich habe es mal versucht, aber sie reifen zumindest schneller und die Ausbeute ist größer, also der Gewinn ist größer, trotz des CO2s, was die ja kaufen müssen eigentlich, und da eingeben. So, warum ist das so? das zeigt diese Kurve, es gibt C4-Pflanzen und C3-Pflanzen, hier ist der Wert 0,04, also der atmosphärische Normalwert, und das wäre die Verdoppelung, und oft wird ja gesagt, wenn sich der CO2-Wert verdoppeln würde, dann hätten wir eben die Klimakatastrophe, ist gar nicht der Fall, im Gegenteil, die C4-Pflanzen, die ignorieren das, und die C3-Pflanzen, die würden davon sehr profitieren, was ich ja vorhin schon sagte. Was sind jetzt C3-Pflanzen? Hier erstmal mit drei Kohlenstoffatomen in der Strukturformel, Getreide, Raps, Zuckerröbe, Kartoffel, Reis, und vor allem die tropischen Waldbäume, da komme ich gleich mal drauf zu sprechen. So, die C3-Pflanzen, also die rote Kurve, das ist Mais, Zuckerrohr, Hirse, Amaranth und die tropischen Savannengräser. Also die Savanne wäre so, kann nicht davon profitieren, die bleibt wie sie ist, aber der tropische Regenwald, der kann von höheren CO2-Werfen tatsächlich profitieren. Ja, hier C4-Pflanzen, 1, 2, 3, 4 Kohlenstoffatome, deswegen heißen die so. So, Verdopplung des CO2-Gehalts. In vielen Gewächsaubern, das habe ich eigentlich schon gesagt, wird die Luft mit CO2 angereichert, um den starken Düngungseffekt zu nutzen, eben von 600 bis 1600 ppm. Ja, das haben wir also hier, da ist also erwärmte Luft zunächst mal drin und dann wird CO2 zugesetzt. Und manche machen es ganz raffiniert, die müssen das CO2 nicht kaufen, sondern die wärmen ihr Treibhaus mit so einer Verbrennungsanlage hier. Da ist also eine Flamme und da wird also Wärme erzeugt und die überschüssige Wärme wird abgeführt oder hier im Treibhaus genutzt. Und dann wird hier abgespaltet aus dem Rauchgaskamin mit CO2 abgespalten und das führt man dann auch dem Treibhaus zu. Also das ist eine ganz effiziente Nutzung. Ja, der tropische Regenwald in Brasilien sieht man hier, so war er 1984 und heute, oder vor ein paar Jahren, 1989, 2000, sieht es schon so aus, vor allen Dingen Holzeinschlag. Das Holz wird ja genutzt, ist ein wertvolles Holz und die Brandrodung ist auch eine Möglichkeit. Dann wird der Boden sehr fruchtbar, wenn man es verbrennt. Beides wird in Brasilien angewandt, nebeneinander. Wenn das Holz minderwertig ist, macht man Brandrodung. Wenn es hochwertig ist, macht man Holzeinschlag und verwendet das. Da gibt es viele Leute, Umweltschützer, die sagen, um Gottes Willen, der tropische Regenwald stirbt. Warum machen die Leute das nicht? Weil sie einfach das wollen, den Wald schädigen, sondern weil sie natürlich durch den Boden, auf dem dann später zum Beispiel Sojabohnen angebaut werden, auf diesem fruchtbaren Boden, oder weil sie an dem Holz natürlich verdienen. Das ist deren Lebensgrundlage. Man muss auch bedenken, so wichtig es ist, Umweltschutz und der Regenwald ist wichtig, aber es gibt doch Leute, die brauchen das als Lebensgrundlage. Das ist einfach notwendig. So, das sind jetzt, komme ich zu den Prognosen von 1987. Die Realität hier, plus 2 und 2 Grad Celsius, zeige ich mal ganz kurz. Das ist hier diese 2 Grad. Natürliche Schwankung, haben wir das gesagt. Ich weiß nicht, ob das wirklich natürlich ist. Die Realität ist folgendes. Sieht hier aus, 29 Jahre später. Jetzt ist es eigentlich 30 Jahre. Das ist also, habe ich so einen Aufsatz von mir, der schon ein bisschen älter ist. Also jetzt sind es 30 Jahre. Sieht so aus. Also es ist nicht, wie man befürchtet hat oder wie man prognostiziert hat, dass das CO2 ansteigt und dann steigt auch die Temperatur an. Ja, dann wurde das IPCC gegründet. Da will ich mich jetzt nicht drauf eingehen, ich möchte noch zu den Medien kommen. Das ist also hier die fragliche Klimafluktuation, die natürlich wäre. Ich muss noch weiter zurückgehen. Das habe ich vorhin gezeigt. Dann sieht man, die Fluptation sind viel größer. Es wurde jetzt einfach angenommen. Das Klima ist so etwas Konstantes und dann kommt jetzt durch den Menschen, durch den bösen Menschen, kommt jetzt einen derartigen Anstieg von CO2 und damit verbunden Temperatur zustande. So, auch für die Öffentlichkeit werden aus den mathematischen Computersimulationen und Modellen Entwicklungen wurden dann sehr schnell Prognosen. Das hat man am Anfang vermieden. Szenarios sind keine Prognosen. Zunächst waren es Szenarios, dann Prognosen und heute sagt man, das ist Realität. Stillschweigend kam, also die Realität wurde eingeführt, ohne dass irgendwas sich geändert hat an den mathematischen Computersimulationen. Die Modelle sind immer noch die gleichen und das ist immer noch die Basis. So, ich gehe jetzt mal auf die Motivation der Klimakatastrophe ganz kurz ein. Temperatur steigt oder stieg von 1975 etwa hier bis 1999 bis 2000 stieg die Temperatur so an. Wir wissen ja, dass die Temperatur immer fällt und sinkt und fällt. In dem Zeitraum ist sie gestiegen, aber im Mittelwert natürlich und CO2 ist auch gestiegen. Das war schon wieder ein Beweis für Elgor. Die beiden hängen miteinander zusammen und es ist ganz klar, CO2 ist verantwortlich für die Temperatur. Denkst du, sag ich mal, der Zusammenhang, der wird hier einfach postuliert und daraus wird die Klimakatastrophe abgeleitet. Wie sieht es in Wirklichkeit aus? Temperatur sank, stieg, sank, stieg wieder an und jetzt in den letzten paar Jahren sinkt sie wieder und trotzdem ist der CO2-Gehalt immer gestiegen. Es kann also gar keinen Zusammenhang geben. Nur wenn ich das hier rausgreife, diese 25 Jahre, dann sieht es so aus als wäre. Sagt dazu nur selektive Statistik. So, wie war denn der CO2-Gehalt früher, 1980? Man sagt es ja immer, der vorindustrielle Wert, der lag bei 230 ppm. Da schauen wir uns das mal an. 1980 steht hier in dem Konversationslexikon 0,04 Prozent. Wir sehen also, dass der Wert von heute, da hat sich eigentlich gar nichts geändert, wenn man das so nimmt. Und die Prognosen, Waldsterben, Vogel- und Schweinegrippe, Ozonloch, Acrylamid, BSE, Rinderwarn, Pest, Aids und Welthunger, alles ist, endet in einer Katastrophe, da sind wir ja schon langsam dran gewöhnt. Bevölkerungswachstum war auch mal vor einiger Zeit, vor vielen Jahrzehnten das Thema. Wir würden also hungern, wenn die Bevölkerung zu sehr, die Weltbevölkerung zu sehr zunimmt. Primärenergieverbrauch war auch das Thema in den 80er Jahren. Und jetzt schauen wir uns das mal an, was ist passiert. Es gibt wirklich eine Sättigungsgrenze. Bei vielen dieser Effekte war das so, dass also diese logistische Funktion hier folgendermaßen einknickt wieder oder einbiegt, einlenkt sozusagen und an der Sättigungsgrenze zustrebt. Also es wäre natürlich schlimm, wenn zum Beispiel die Pest, wenn das hier so weitergegangen wäre, dann wäre ich ja gar nicht mehr da. Und man sieht also, da gibt es also irgendwelche Effekte, die dagegen laufen. So, Bestimmung, ja, das ist jetzt Mathematik, dieser Parameter unten, A und B, das ist kompliziert, da lasse ich mich gar nicht drauf ein, aber vielleicht gibt es keine Umkehr. Wer sagt denn, dass diese logistische Funktion jetzt die Natur in allen Details beschreibt, vielleicht in diesem Bereich und es geht möglicherweise wieder zurück. Das ist ja auch denkbar. Also das lasse ich mal offen, ich lehne mich nicht so weit zum Fenster raus, wie die Leute, die Prognosen machen oder Szenarios. Das Waldsterben, hier ist noch so ein Bild dazu, was gesagt wurde, wir stehen vor einem ökologischen Hiroshima, Spiegel zum Thema Waldsterben oder an der Diagnose gibt nichts mehr zu zweifeln. 50 Prozent der bundesdeutschen Wälder sind geschädigt. Am Ausmaß des Waldsterbens könnte heute nicht einmal der Ungläubige Thomas zweifeln, allenfalls ein Ignorant. So hart waren die Argumentationen zum Prognose Waldsterben. Noch schlimmer hier, Hubert Weinzierl, das Sterben der Wälder wird unsere Länder stärker verändern als der Zweite Weltkrieg. Ich finde, das ist ein Wahnsinn. Damals haben sogar alle geglaubt. Heute sieht es lächerlich eigentlich aus. So, die Medien, die profitieren jetzt von diesen Sensationsmeldungen auch beim Waldsterben, da waren ja die Zeitungen voll. Und wenn ich mal diese Kurve von vorhin mal so auseinanderziehe hier, die natürliche Erwärmung nach der kleinen Eiszeit, dann gab es eine kurze Abkühlung von 1940 bis 1970 oder 80 und dann stieg es wieder an die Temperatur, ohne dass der Mensch irgendwas dazu getan hat, denn das CO2 kann es ja nicht sein, das haben wir ja vorhin gesehen. Also sind wir immer noch auf dem Weg in eine Warmenzeit, in die jetzige Warmenzeit. Und jetzt scheint es sich hier oben wieder allmählich umzudrehen. Ob das jetzt zurückgeht wieder so stark, weiß keiner. Ich sage da nichts dazu. Ich stelle keine Prognosen auf. Ich sage nur, was Fakt ist, was man sieht. Wenn man sich das anschaut, wie die Zeitungen darauf reagiert haben, zum Beispiel Time, hier eine Eiszeit, das war in dieser Phase hier, 1977. Also hier haben die gesagt, boah, wir gehen wieder in eine Eiszeit, das kommt auf uns zu. Nein, wir müssen damit rechnen, dass wir alle im Eis versinken. 2006, als wir da raus waren und es wieder wärmer wurde hier oben, man wachter das ja erstmal ab, da hat man also in der gleichen Zeitschrift die Eisbärenkatastrophe, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Und das Wasser steigt, es wird wärmer und die Eisbären sind bedroht. So hat man das den Leuten Glauben gemacht. Und im Spiegel war sogar die Klimakatastrophe so abgebildet, dass ganz Köln die kleinen Häuser alle verschwunden sind und der Dom gerade mal noch raus guckt aus dem Wasser. Ja, das ist wirklich so stand und damit macht man die Leute natürlich verrückt mit sowas. Viele glauben das so und sagen, oh Gott, die Klimakatastrophe ist was ganz Schreckliches, da gehen wir ja alle unter, müssen alle ertrinken. Dann kam das mit dem politischen Zwei-Grad-Ziel, das will ich nochmal ganz kurz zeigen, das wär's gewesen, zwei Grad, mehr darf nicht sein, sonst haben wir die Klimakatastrophe. Und ich sage, in vielen anderen Stationen, in Madrid und in Rom und aber auch in Athen sind wir weit drüber, nicht nur über Berlin, sondern aber auch die Grenze, die die Politik uns setzen wollte, zwei Grad, mehr darf es nicht werden. Und warum fahren wir alle eigentlich nach Madrid, Rom und Athen? Weil es uns so schön warm ist. So, das ist das tropische Klima im Vergleich, so ein Tageszeitenklima, über die Jahreszeiten ändert sich nicht viel, wesentlich höher auch da leben Menschen. So, die Erde ist also, hat kein Fieber, wie oft behauptet wurde, sondern wir gehen mal weiter. Was sagt das IPCC, der Weltklimarat? In der Klimaforschung modellieren sollten wir erkennen, dass es sich um ein gekoppeltes, nicht lineares, chaotisches System handelt. Mit anderen Worten, deshalb sind längerfristige Vorhersagen über das Klima oder die Klimaentwicklung gar nicht möglich, sagt der Weltklimarat. Hat nur kaum jemand gelesen, weil es in der ausführlichen Fassung stand. Da ist es, kann man nachlesen, im IPCC Third Assessment Report von 2001, Section 14, 2.2.2, auf Seite 774. War aber den Journalisten nicht bekannt und unter Politik nicht. Es gab nicht eine Kurzfassung, da stand das nicht drin. Also es ist eine schöne Irreführung. Das ZDF und der endgültige Verlust der Glaubwürdigkeit. Jetzt komme ich wieder zurück zu den Medien. Was sagen die zu diesem Thema? Und da ist es schön, wenn Sie sich Folgendes mal anschauen könnten. Den Film, der steht so im Original im Internet, das ZDF und der endgültige Verlust der Glaubwürdigkeit. Hier Frau Gerster in der heutigen Sendung vom 18.12.2009. Das ist ein Standpunkt, den die Klimawissenschaft schon lange sagt. Es würde um sechs Grad ansteigen, die Welttemperatur bis 2100. Das wäre natürlich wirklich nicht schön, aber Katastrophe sicherlich auch nicht. Und dann zeigt sie weiter in diesem Film, dass hier die Wüste Sahara, die Sahelzone hier, und da ist eigentlich der tropische Regenwald, den haben sie einfach weggenommen. Da haben sie gesagt, das könnte also passieren, dass der tropische Regenwald verschwindet. Da sage ich nicht aufgepasst in der Schule. Tropische Regenwald entsteht dadurch, weil es da sehr viele Niederschläge gibt, sehr viele Niederschläge, die höchsten in der Welt. An einigen Stellen gibt es nur ganz wenigen Stellen gibt es mehr. Und es kommt dadurch zustande, dass eben der Nordostpassat und der Südostpassat sozusagen hier, Nordostpassat, Südostpassat sich hier an dieser ITC, in der tropischen Konvergenzzone sich treffen und wohin mit der Luft, runter kann sie nicht, sie steigt auf und aufsteigende Luft heißt immer Niederschlag, Tiefdruckgebiete, sehr große Niederschläge. Also das hier ist ein Fantasiebild. Ohne drüber nachzudenken, haben die einfach den Regenwald weggenommen. Ja, und dann kommt noch was, also dieser Film sehr schön sagt, der hier von Solarkritik erstellt wurde. Chris Reh, ein Geografiekollege von der Universität Amsterdam, befasst sich seit vielen Jahren mit dem Wachstum in der Sahelzone. Das heißt also, die Wüste dehnt sich nicht aus, sondern eher geht sie zurück. Es kommen wieder kleine Bäume, Sträucher. Also mit anderen Worten, kurz vor Schlagwort, die Wüste gegrünt, die Wüste ist übertrieben, aber diese Sahelzone, da fängt es an und da entstehen wieder Bäume. Ich habe noch damals von einigen Lehrern gelernt oder lernen müssen, das Stichwort Desertifikation, heißt also die Wüsten dehnen sich aus, wird immer schlimmer, immer trockener. Natürlich gibt es ja mal so eine Katastrophe, eine Trockenperiode. Dann wird es aber wieder sich rumdrehen oder hat sich rumgedreht. Inzwischen weiß man dank Professor Ray, dass die Sahelzone kommt und langsam wieder grün wird. Von wegen, es wird schon gar nicht mehr der tropische Regenwald, also gar keine Spur davon. Das kennen Sie alle auch. Das sind die Bilder, die uns im ZDF heute Journal gezeigt werden. Da steht der Herr Kleber vor diesem Bild. Ich habe das auch dem ZDF geschrieben, dass er sich erdreistend sowas zu machen und spricht dann vom CO2-Eintrag in die Atmosphäre, sagt aber nicht, wie Sie sehen hinter mir, sonst überlässt er den Zuschauer. Das finde ich wirklich ganz schlimm, dass der Zuschauer selber auf den Gedankenschluss jetzt ziehen muss. Aha, CO2, oh Gott, das ist ja schlimm. Und das bleibt einfach so stehen und den Schluss muss man natürlich ziehen, wenn man nicht weiß, was wirklich mit dem CO2 los ist. Das ist nämlich ein unsichtbares Gas ist, geruchlos, ungiftig, im Gegensatz zu CO, das ist giftig, aber nicht CO2. CO2 ist auch Mineralwasser, nehmen wir aus, überall vorhanden und das ist absolut klimaneutrales, das habe ich ja vorhin versucht an Beispielen zu zeigen. Es ist im Gegenteil ein lebenswichtiges Gas für Flora und Fauna, insbesondere für das Nachwachsen des tropischen Regenwaldes und deswegen habe ich es vorhin so gebracht, ausführlich, der tropische Regenwald profitiert davon vom CO2 und wenn man das vervierfachen würden, den CO2-Gehalt, dann könnten auch wieder der Regenwald wieder nachwachsen, könnte also wieder, wenn er gefällt wurde, die Bäume verschwunden sind, gäbe es eine Chance, dass der Regenwald wieder nachwachsen kann, vorausgesetzt man erhöht den CO2-Gehalt und versucht ihn nicht zu stabilisieren oder gar runterzudrücken. Wenn ich dann denke, dass es Projekte gegeben hat in Deutschland, wo man unter die Erde verpressen wollte, das CO2, ich rede am besten gar nicht, das ist also ganz schlimm. Klaus Keber gehört übrigens zu den Spitzenverdienern des ZDFs, dem ZDF-Journalisten, über seine Höhe des Honorars macht er keine Angaben, ich weiß jedenfalls, dass sein Vertrag geändert wurde, damit man ihm ein höheres, außertarifliches Honorar zahlen kann, aber Sie können es im Internet gerne mal schauen, das ist mal an, da findet man irgendwelche Zahlen, ich sage das hier nicht. Einige Politiker meinen jetzt, wer ständig Transparenz bei den Politikern fordere, der müsse auch sich selber transparent machen. Wäre eigentlich eine Forderung, die rechtens ist, aber da wird geschwiegen an der Stelle. So, noch mal zur Klimakatastrophe, die drohende Klimakatastrophe, das ist Mojib Latif, der hat also, ich will jetzt nicht alles im Einzelnen, das würde viel zu lange dauern, Klimaschutz ist kein Umweltschutz, das Klima kann man auch gar nicht schützen, die Sommers schützen, wer sein Rechenmodell ist. So, und das Schönste, was er sagte im Jahre 2000, meinte Mojib Latif vom Geomar in Kiel im Spiegel, war übrigens der 1. April, Winter mit starkem Frost und viel Schnee, wie noch vor 20 Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Ich zeige mal ganz kurz ein Bild, was dann 2012, 2013 passiert ist im Allgäu, nicht überall, aber wir hatten Meter hoch, teilweise in Deutschland Schnee. wird es nie mehr geben. Ganz schöne Blamage eigentlich für ihn. Auch 2013 hier im Allgäu ein Meter Schnee. So, die Temperaturen der letzten 28 Jahre in Deutschland. Man sieht die Temperatur, das ist typisch für die Temperatur, es ist ein ewiges Auf und Ab und wie soll man da irgendeine Prognose, irgendwas sagen dazu. Ist doch ganz schwierig. Man kann aber mit Mathematik rangehen, eine Regressionsgerade errechnen und dann sehen Sie, die Daten sind immer vom Deutschen Wetterdienst und dann kriegt man also immer oberhalb und unterhalb. Das mittelt sich irgendwie so raus. Ich weiß auch nicht, ob das eine ideale Form ist, aber wie Sie letztens eine Aussage machen, will ich eine Tendenz erkennen aus diesem Gezicke-Zacke. Da kann ich also nur noch eine Regressionsgerade hernehmen und sehen, dass die fällt. Die sinkt also. Ja, statt Wärmer wurde es im Mittel etwa ein Grad kälter. Das Landklima, also statt im Landklima sogar noch kälter, zwei Grad kälter geworden. Das wäre eigentlich zu erwarten nach dem Klimawandel oder Klimakatastrophe. Das haben die Modelle vorausgesagt. So sollte es oder wäre es gekommen, wenn man denen geglaubt hätte. Es geht eigentlich andersrum. So, diese Widersprüche werden sogar erklärt. Die kalten und zum Teil sehr schneereichen Winter der vergangenen Jahre sind ein Zeichen der Erderwärmung. Das ist total pervers. Wie kann denn ein schneereicher Winter ein Zeichen der Erderwärmung sein? Aber was würde man anders machen? Wenn man sich darauf festgelegt hat, der Klimawandel ist überall gegenwärtig, dann muss man halt zu solchen verrückten Aussagen kommen. Ja, aber kein Modell hat das wirklich gezeigt, sondern das hat man hinterher einfach versucht, sich da rauszureden oder irgendwie eine Erklärung zu finden. Aber die Modelle haben das eben nicht vorgesehen. So erst im Nachhinein jetzt, wie gesagt, kommt man darauf, dass man einen Erklärungsversuch herbeiziehen muss, sich aus den Fingernägeln saugen muss. Und ja, Klimadefinitionen. Ganz kurz mache ich das nur. Was ist überhaupt Klima? Ich sage mal eine Zusammenfassung regionaler Wetterereignisse, mittelwerte Standardabweichungen, Korrelationen. Und dann kann ich mal kurz diese Grafik noch zeigen. Das sind einzelne Wetterereignisse, wenn Sie wollen, Tiefdruck- und Hochdruckgebiete und Extremwetterereignisse. Und die werden nun zum Klima benutzt, indem man diese Rohdaten, die in dem Rechner sammelt, Mittelwert, Standardabweichungen und so weiter. Und letztlich habe ich dann eine große Menge von Daten und die stecken dann in Rechnern und sind hier nicht auf der Erdoberfläche, sondern nur die Daten gehen darauf. Und was passiert jetzt mit den Extremwerten? Das Klima ist also ein virtuelles, globales Klima, das in Rechnern steckt. Das steht da unten nochmal. Und umgekehrt können also diese virtuellen Daten, auch Extremwetterdaten, die darauf gehen, nur von der Erde in den, äh, Oberfläche in den Rechner gehen. So ist hier gezeichnet. Auch die Extremwetterdaten gehen darum. Es kann niemals, aber wie da unten steht, aus dem Rechner jetzt ein Extremwetter entstehen auf der Erde. Es ist gar nicht möglich, sondern das gehen. Und jetzt gehe ich wieder mal zu den Medien, Spiegel Online. Vor kurzem, aber gar nicht so lange her, das ist relativ aktuell, glaube ich, diese Grafik, von März 2016. Da sieht man das Auf und Ab der Temperaturanomalien, also was da, wie sie sich, wie stark sie sich bewegt. Und dann stand hier drüber, Klima, Nordhalbkugel überschreitet die 2-Grad-Schwelle, also die 2-Grad, diese Alarmschwelle von 2 Grad wäre überschritten. Ich sehe davon hier nichts. Außerdem ist das eine Sache des Klimas. Und wenn ich eine Skala habe von 2015 bis 2016 hier, das sind also hier, Moment mal, 1, 2, das sind fünfeinhalb Jahre insgesamt, 2015, 2016, da wäre jetzt der März. Also ein relativ kurzer Zeitraum, in dem kann man also überhaupt keine Klima-Aussage machen, in seinem kurzen Zeitraum. Was ich machen kann, über ein paar Monate oder ein paar Jahre hinweg, ist eine Aussage zur Witterung und zum Wetter. Aber wenn ich solche kurzen Zeiträume nehme, ich brauche ja nicht 30 Jahre mindestens, um eine Klima-Aussage zu machen, dann ist es also ein Hohn von Klima zu sprechen, das sind allerdings Wetterereignisse. Und dass das Wetter mal über 2 Grad, mit der 2 Grad-Schwelle geht, das haben wir auch vorher schon gewusst. Das brauchen wir also nicht zu erklären. Ja, die Zeitskala da unten steht, es um fast fünfeinhalb Monate, nicht Jahre, fünfeinhalb Monate. Und die Klimatendenzen, betrachten zu können, brauchen wir mindestens 30 Jahre. Besser noch, man hat 50 Jahre oder 100 Jahre, umso sicherer wird die Klima- Aussage, umso länger der Zeitraum ist. Also hier, nach diesen fünfeinhalb Monaten ist es einfach ein Witz. So, die Temperaturdifferenz zwischen dem 12. und 18. Jahrhundert betrug etwa 2 Grad vor der Industrialisierung. Also schon damit gar nichts zu tun. Und jetzt schauen wir uns mal nochmal die Zyklonen an. Die Kategorie 3, 185 Kilometer pro Stunde. Hier in Vanatou, das war im März 2005. Sie sehen, wie es da anständig gewirbelt hat, dieser Zyklon dazu geschlagen hat. Und wenn man sich diese Zyklonen mal hier anschaut, wie haben die sich verhalten? Von 1970 an bis 2012 geht diese Statistik. Dann sieht man also hier, es gibt eine Kategorie 1 und 2, das sind die schwarzen Balken. Und eine Kategorie 3, 4, 5. Das sind die ganz starken tropischen Zyklonen, die also richtig heftig sind. Ja, wenn wir jetzt mal schauen, haben die zugenommen, wie ja viele sagen, haben diese Katastrophen zugenommen. Diese, dann sieht man eigentlich nur, eigentlich im Gegenteil. Ein Anstieg kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Es bleibt in etwa. Manchmal phasenweise geht es zurück, dann steigt es wieder, dann geht es wieder zurück. Und ich schaue mir die Roten an. Ja, die haben vielleicht hier ein bisschen heftiger, sind festiger geworden oder häufiger geworden. Aber im Grunde ist das doch alles, sag ich mal, geht das doch unter. Da kann man auch keine Steigung, ganz klare Steigung daraus erkennen. Jedenfalls keine statistisch signifikante Steigerung der tropischen Werbesteuer in den letzten 40 Jahren. So ähnlich ist das jetzt hier, wenn man sich mal anschaut, die Hurricanes. Keine statistisch signifikante globale Zunahme von Hurricanes in den letzten 40 Jahren. Sieht man auch, das geht auf und ab, mal mehr, mal weniger. Und auch hier die rote Kurve vielleicht hier noch zugenommen. Dann wird es aber wieder richtig wenig. Also das ist eigentlich wie die Temperatur. Ein ständiges Auf und Ab. Ja, was wird uns erzählt? Die Klimawissenschaft verschweigt unseriöse Methoden, die ja in die Öffentlichkeit nicht überall gegangen sind. Aber zumindest sind sie sehr grenzwertig und auch zum Teil falsch und auch gar nicht mehr oder weniger im Bereich von Betrug schon gehen. Ich kann dazu nur empfehlen, mal sich reinzuschauen hier, dass im Internet mein Aufsatz, die Klimakatastrophe von 1986 und was daraus wurde. Da habe ich eine ganze Menge diese Betrugsversuche mal aufgelistet oder aufgezählt und möchte aber hier jetzt die Zeit damit nicht vertunen. So, Messungen der Klimamodelle. Die CO2-Konzentration nimmt zu und wie ich schon sagte, die Regressionsgerade ist negativ. Der hier von 1990 oder 1998 ausgeht. Das wäre es gewesen, so ähnlich habe ich mal gezeigt, wenn es die Prognosen gestimmt hätten. Auch die Winter in Deutschland zeigen ein ähnliches Bild. Immer wieder mal strengere Winter, weniger strenge Winter. Im Grunde aber auch hier die Regressionsgerade fallend und nach dem Klimawandel oder nach den Modellen hätte sie eigentlich steigen müssen. So, jetzt gehe ich mal auf eine Sendung des ZDF ein, die ich selbst zufällig gesehen habe, im März 2009. Und zwar sagt das ZDF in diesem Beitrag, wahrscheinlich haben die extra da Journalisten hingeschickt, auf die Karolineninseln, hier sehr weit im Pazifischen Ozean abgelegen, der Meeresspiegel würde steigen. Das haben sie sogar gezeigt. Die haben den einen der maßgebenden Leute aus der Politik dort gefragt und gesagt, ja, es ist angestiegen, der Meeresspiegel. So, in Wirklichkeit aber, da habe ich mal recherchiert, selber recherchiert, wenn es das ZDF schon nicht macht, in Wirklichkeit ist zwischen den kleinen Karolinen und der großen Pazifikplatte longitudinale und vertikale Bewegungen von Platten. Deswegen habe ich hier die plattentektonische Karte genommen. Man sieht, die Erde ist aufgeteilt in große und kleine Platten, die sich natürlich bewegen. Die bewegen sich so gegeneinander, also longitudinal, aber auch vertikal bewegen sich etwas diese Platten. Das ist ein ständiger Prozess und ganzer Vulkanismus ist darauf zurückzuführen, den wir ja auch hier haben, auf diese Plattenbewegungen. Aber ich weiß jetzt nicht, und ich habe jetzt mal hier das mal genauer gezeigt, ich habe mir eine ganz genaue aus der Region tektonische Karte in Mikronesien und habe ich mal dieses Bildchen dazu. Auf der Karolinenplatte sind die Karolineninseln, wie der Name schon sagt. Und die Pazifikplatte ist daneben, da sind auch noch ein paar Inseln, aber hier sind vor allen Dingen die meisten Karolineninseln. Und wenn diese Platte sich dem roten Pfeil nach senkt, nicht so senkrecht, sondern die gehen so schräg, schiebt sich das so unter drunter, senkt sich ab und hier steht einer drauf, dann geht er mit der Platte natürlich runter und denkt, der Meeresspiegel steigt an. Zu dem Eindruck muss er ja kommen, wenn nichts weiß, was sind die Ursache für dieses Absenken. Das wussten die Leute doch nicht. Ich denke aber das ZDF hätte das wissen müssen, wenn man so sorgfältig recherchiert, hätte man, wäre man draufgekommen, hier im ZDF der Meeresspiegel steigt. Das ist eine Behauptung, die also richtig falsch ist. Man könnte sagen, mutwillig, ich weiß es aber nicht, vorsichtig, vielleicht sind es nur ganz miserable Recherchen. Halte ich aber für eher unwahrscheinlich. Ich glaube, dass das schon ab sich dahinter steckt. Ein anderes Thema wäre in den Medien wäre der Eisbär, der angeblich ausstirbt. Dieses Foto würde übrigens, was durch die ganze Welt gegangen ist, wurde 2010 vom James Dellingpole entlarvt als Fälschung. Also auch solchen Mittel schreckt man nicht zurück, dass man einfach falsche Bilder konstruiert und sie dann veröffentlicht durch die Weltpresse gehen lässt. Die Behauptung, dass die Eisbären durch Klimawandel bedroht sein, ist falsch, sage ich. Das stimmt einfach nicht, obwohl es El Gore, ja nicht obwohl, sondern der hat natürlich davon profitiert, wenn er das behauptet. In Wahrheit ist die Eisbärenpopulation von 5.000, circa 5.000 in den letzten 40 Jahren wieder auf 25.000 gestiegen. Warum? Weil die Jagd eingeschränkt wurde. Es wurde verboten, Eisbären zu schießen. Das machen immer noch einige illegal. Sie schießen die Eisbären und für ein Eisbärenfeld zahlen übrigens die Sammler bis zu 10.000 Dollar. Es lohnt sich also Eisbären zu schießen. Legal oder illegal? Jetzt wäre es illegal. Übrigens das Schlimme daran ist, dass wir in Deutschland Importland Nummer 1 sind oder Nummer 1 oder 2. Bei uns werden diese Eisbärenfälle gerne gekauft. Das ist schlimm. Kein Umweltschützer sagt da was. Bis jetzt jedenfalls. Und es gibt noch ein ganz anderes Problem. Eine steigende Gefahr. Die Eisbären leiden an Umweltgiften. PCB-haltige Splankton wird von Fischen gefressen. Die Fische werden von Seehunden verspeist und die Seehunde sind die Beutetiere der Eisbären. Das ist eine ganz andere Bedrohung, die dann noch kommt. Aber die ist so klein noch, Gott sei Dank, dass trotzdem die Zahl hier noch gestiegen ist. Wenn das schlimmer wird, gibt es wirklich eine Bedrohung für die Eisbären. Aber dann ist es auf einer ganz anderen Ebene. Nicht durch den Klimawandel oder Ähnliches. Eisbären haben schon viel wärmerperioden. Das hatte ich vorhin schon mal überlebt. Zum Beispiel 4.500 vor Christus habe ich vorhin gezeigt. Das ist die Mittelsteinzeit oder 2.500 vor Christus. Das wäre die Jungsteinzeit oder eben 1.200 nach Christus. Das wäre eben diese Phase der Gotik, wie wir das in Europa nennen. So, darüber hinaus sind auch die Warmzeiten so gewesen. Viel wärmer als heute und auch das hat der Eisbär überlebt. Natürlich war das ein riesen Gag mit dem Knut. Ich gönne dem Berliner Zoo ja diese riesigen Einnahmen. Aber es fundierte mal auf Fehlinformationen, auf Unwahrheit. Ich kann jedem empfehlen nur, das Buch zu lesen. Uwe mit der Impfung. Naja, das will ich aber hier nicht darauf eingehen. Es gibt sehr viele Geschäfte, die so gemacht werden und auf falschen Aussagen beruhen. Nächstes Thema wäre der Schwund des Antarktiseises. Greenpeace hat gesagt, wo das Klima kippt, hat dann hier den Wilkins Schelfeis, das Wilkins Schelfeis genommen. Hier kippt das Klima. Es wird also da warm und schmilzende Eisschälfe, behauptet zunächst mal. Und der Spiegel, Spiegel Online, vom 10.04.2012, seit 2002 hat der Larsen B. Eisschälfe, das ist auch hier in der Nähe, das war vorhin hier, Larsen B. Eisschälfe, drei Viertel der Eisfläche verloren. Diese Karte stand aber nicht im Spiegel, sondern der Satz, drei Viertel der Eisfläche verloren gegangen auf der Antarktis. Glaubt natürlich hier sofort, um Gottes Willen, drei Viertel der Eisfläche, das wäre ja katastrophal. Nein, das gilt nur für diesen Bereich, weil da oben so eine warme Meereströmung ist, die von Südamerika, von Patagonien, das ist ja nicht weit davon entfernt, darüber schwappt sozusagen und hier unterspült die Eisschälfe. Hier ist mal dargestellt, wie hier das Schälfeis sich ausdehnt und das langsam zerbricht, zerbröckelt und dass der feste Boden, die feste Erde unter der Antarktis, da haben wir richtig fest, massiv, das ist ja ein Gestein. Jetzt kommt hier so eine warme Wellereienströmung und geht hier zurück und fängt an, das dünne Eis hier erst dünner zu machen und wenn es dünn genug ist, zerbricht. Das ist der Effekt, der hier an dieser kleinen Region weniger als ein Prozent der gesamten Antarktis von statten geht. Hat natürlich mit der gesamten Antarktis überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, das Eis auf der Antarktis nimmt zu. So, das sind also lokale Meereströmungen, die hier das Schälfeis zum Abbrechen bringen und von Klimawandel kann da überhaupt nicht die Rede sein, aber man sieht, wie das benutzt wird in den Medien. Wieder mal ein Argument, da passiert was und das ist dann der Klimawandel. Im Gegenteil, Langzeitbeobachten zeigen, dass also die antarktischen Eismassen eigentlich zunehmend sind, insgesamt. So, diese Sendung Terra X wird sehr gerne von Jugendlichen gesehen im ZDF. In der Antarktis brechen immer größere Teile des Schälfeises ab, haben das voll aufgegriffen. Auch da kommt man zu dem Schluss, wenn man Terra X sieht, Donnerwetter, die Antarktis ist in Gefahr, ganz zu verschwinden. Klimawandel, der Klimawandel und die Pole, so heißt also dieser Beitrag in Terra X. Ja, was ist das eigentlich? Das ist eine Klimawandel-Wärmung in Dokumentarfilmen. Ich wusste gar nicht, dass in Dokumentarfilmen auch solche Werbungen eingeschoben werden. Nichts anderes ist es nämlich. So, der vielbeschworene Klimawandel kommt nicht, er ist in vollem Gange. Steht da auch, wenn man das nachliest im Internet, so wortwörtlich da drin, er kommt nicht, sondern ist bereits im vollen Gange. Ja, ich sehe nur keine Anzeichen, oder man sieht keine Anzeichen dafür. Und nochmal Terra X. Etwa 90% der gesamten Süßwassers unseres Planeten lagern in gefrorener Form in den Polarregionen und würden sie komplett schmelzen, stiege der Meeresspiegel um mindestens 70 Meter an, oder wäre dann völlig im Meer versunken, und so weiter. New York würde und 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 könnte lauter Konjunktive. Auf solche Konjunktive fallen viele Menschen drauf rein und merken gar nicht, dass das alles mit einem riesigen Fragezeichen zu versehen ist, sehen aber darüber hinweg oder merken es gar nicht, dass das alles Theorie ist. Aber es wird in einer Sendung wie Terra X gezeigt, wo doch Tausende von Zuschauern, Hunderttausende von Zuschauern das sehen und diesen Konjunktiv gar nicht so wahrnehmen und glauben, das ist so, das ist das Faktum. Aber im Grunde sind das alles Modellrechnungen. Da kann ich natürlich viel sagen, könnte, wäre. Ich kann auch sagen, es könnte sein, dass jetzt hier ein Meteorit runterfällt und hier in ganz Leipzig verschwindet. Ist theoretisch natürlich möglich, könnte sein, aber die Wahrscheinlichkeit liegt also unter Millionstel Prozent, dass sowas tatsächlich passiert. Es fallen ja immer Meteoriten runter, aber die Wahrscheinlichkeit muss man sich anschauen. So, die Zunahme der antarktischen Eisenmassen. Ich habe vorhin gesagt, im Gegenteil, es nimmt zu, das kann man tatsächlich zeigen, hier von 1975 bis 2010 hat es zugenommen. Auch natürlich immer, wie immer im Klima, es geht immer auf, ab, auf, ab, aber ich muss eine Regressionsgerade zeichnen oder rechnen, um zu sehen, wie ist der Trend insgesamt. So, wenn man sich jetzt das mal anschaut im ZDF, warum haben die, bringen die solche Sachen, dann kann ich nur sagen, das zu viel staatliche Einfluss beim ZDF ist verfassungswidrig, wurde festgestellt. Der ZDF-Staatsvertrag kam daher beim Bundesverwaltungsrecht auf den Prüfstand. Das war so, man sagt 45 Prozent sind ja auch Staatparteien, das ist schon fast die Hälfte. Die Verbände hier mit 27,3 Prozent stellen großen Anteil und in Verbänden, die Präsidenten sind Parteimitglieder. Ja, da braucht mich doch nicht zu wundern, warum das ZDF eine solche Meinung vertritt, die auf die Politik zurück, auf die Meinung der Politik. Nichts anderes tun die also und sagen, das in kritischen Themen, kommt das bei uns durch, was sagt der Fernsehrat dazu, wir müssen da auf der Welle liegen. Und ich sage mal, vielleicht macht das ZDF das nicht nur so, wenn man, wenn die selber wissen, die recherchiert haben, dass das nicht stimmt, dann kann es doch nur, wie Sophie, wie oft im Geld gehen. So, das höchste deutsche Gericht urteilte am 15.03.2014, das war gar nicht lange her, Staat und Parteien sind wesentlich Überstandter des politischen Gemeinwesens mit eigenen Erfahrungen und Ansichten. Ihre Angehörigen können deshalb in begrenzter Anzahl auch in den Aufsichtsratgremien sein. Gut, grundsätzlich ja, aber sie können da drin sein. Das heißt, praktisch wurde jetzt reduziert vom hohen Anteil, den ich vorhin gezeigt habe, auf nur noch ein Drittel. Wenn ich aber mal diese Präsidenten der Verbände sehe, dann weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich dem ZDF geholfen hat, den politischen Einfluss zu senken, denn der ist immer noch relativ groß. Übrigens, 100 Prozent der Verfassungsrichter werden vom Bundestag und Bundesrat bestellt. Die beiden großen Parteien, SPD und Union, teilen sich regelmäßig das Vorschlagsrecht. Das heißt, selbst von diesem Verfassungsgericht, das wird ja politisch zusammengesetzt. Also da gehe ich doch im Kreis rum, wenn ich mir das mal anschaue. Ja, noch so ein kleiner Hinweis, auch das vielleicht interessant für die Zuschauer jetzt mal sich anzusehen. www.gewaltenteilung.de über die Unabhängigkeit unserer Justiz. Und da werden Sie sich wundern, das haben viele noch nicht gewusst. Ich fasse es in einem Satz zusammen, der Justizapparat untersteht der Regierung. So sieht es aus. Und das können Sie gerne hier nachlesen, wie viel Gewaltenteilung. Das ist hier so ein Ausschnitt daraus, hier gehe ich aber jetzt nicht drauf ein. Gewaltenteilung, Realität, Parlament, Regierungschef, Minister, Richter unterstehen also dem Minister. Es gab einen schönen Fall, oder schon mehrere Fälle, die das gezeigt haben, dass tatsächlich die letzte Entscheidung die Politik trifft und die Richter mussten einknicken. Noch ein interessantes Faktum über die politisierten Medien. Von 2000 bis 2010 war Nikolaus Bränder, Chefredakteur beim ZDF. 2012 sagte er in einem Zeitpunkt.de Interview, zu Beginn seiner Amtszeit wäre es üblich gewesen, dass Politiker einfach Redakteure anrufen, die einfachen Redakteure, sagt er, also gar nicht mal die Chefredakteure, anriefen, um Druck auf die Berichterstattung auszuüben. So ist das also gelaufen. Da hat also versucht, Bränder dagegen zu steuern. Es ist ihm aber nicht gelungen. Eine Verlängerung von Branders Vertrag wurde 2010 vom ZDF-Verwaltungsrat mit Unionsmehrheit abgelehnt. Wenn man sowas äußert, kann man sehen, dass die Karriere dann ganz schnell beendet sein kann. Damit ist also Bränder als Journalist zum Opfer einer parteipolitischen Machtdemonstration geworden. So sieht es aus in den Spitzenpositionen unserer Medien. Dann möchte ich nochmal auf Patzelt, weil ich dann wieder jetzt auf Eis komme und Gletscher. Der Kollege von der Universität Innsbruck hat mal gezeigt, dass es stimmt, dass die Gletscher abgenommen haben. Hier ist es richtig und die Temperatur zu, die Gletscher sind zurückgegangen. Das ist Faktum. Bestreitet er nicht. Bestreite ich auch nicht. Ist so. Aber was war davor? Da haben die Gletscher zugenommen, wieder abgenommen, zugenommen, abgenommen, zugenommen. Auch da haben wir ständig diesen Effekt, Zunahme, Abnahme, Zunahme, Abnahme, wie bei der Temperatur, beim Eis immer das Gleiche. Nur propagiert in den Medien wurde das ja seit 1986, Beginn der Klimakatastrophe, das da abgenommen hat. Was davor war, wird natürlich nicht veröffentlicht. Entsprechend natürlich auch die Temperatur. Wenn die Temperatur zu und abnimmt weltweit, reagieren die Gletscher darauf, ganz klar. So in den letzten 11.000 Jahren, sagt Patzelt, waren die Gletscher während zwei Drittel dieser Zeit kleiner als heute, woraus auf wärmere klimatische Verhältnisse geschlossen werden kann. Es war also schon wärmer und dann waren auch die Gletscher weiter unten und wenn es kälter wird, nehmen die Gletscher wieder zu. Also das Wechselspiel zwischen Gletscherwachstum und Gletscherrückzug hat es also schon mehrfach vor der Klimakatastrophe gegeben. Nichts Neues, was da benutzt wird eigentlich. Ja, wem nutzt das Ganze? Warum wird das betrieben? Weil der Klimaschutz sich herausgestellt hat, mit Klimaschutz kann man richtig die Wirtschaft in Gang bringen, kann man Geld mitverdienen, Ankurbelung der Konjunktur, Innovation durch CO2-Minderungstechnologien. Wir wissen ja, dass auch die Autos jetzt weniger CO2 ausstoßen als vorher. Also hat man neue Technologien entwickeln müssen oder den Autohersteller gesagt, ihr müsst da was ändern. Das kurbelt wieder die Konjunktur an, schafft Arbeitsplätze, bringt Geld. Die Autos müssen gekauft werden und so weiter. Wirtschaftswachstum steht im Endeffekt dahinter und Arbeitsplätze werden gesichert. Das ist also das, was die Politik antreibt zum Klimawandel. Das ist sicher alles integer, sage ich. Das sind sicher Forderungen, die man durchaus, ob CO2-Minderungstechnologien, kann man alles akzeptieren, würde ich alles unterschreiben. Aber warum denn mit dem CO2 das gar nichts zu tun hat mit der Erwärmung? Warum geht man nicht einfach so, wir wollen das und reduzieren deswegen CO2? Das kennt natürlich nicht an bei den Leuten. Also sagt man einfach, wir gute Absicht, das politische Ideologie, das Gutmenschentum, das ist also der gute Mensch, der Natur und Umwelt erhalten will, das ist auch noch so ein Faktum. Das setzen wir auch noch da auf diese Liste rauf und dann haben wir Begründungen genug, um zu sagen, warum brauchen wir diesen Klimawandel? Ich sage, mit der Wahrheit wäre es besser gewesen, von vornherein die Leute die Wahrheit zu sagen und nicht diese Lüge mit dem CO2 zu initiieren. Ja, das ist eigentlich Populismus in der Politik, weil wenn man sowas macht, hier Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und hier Ankurbelung der Konjunktur, da bekommen die Regierenden natürlich Lob und das brauchen sie und deswegen sage ich mal ein Populismus, den sich die Parteien ja bis heute immer noch gegenseitig zu schieben, aber es ist so, dass hier gegen die Wahrheit angelaufen wird, um Profite oder das Wirtschaftswachstum zu steigern. Ich habe hier nochmal gegen Ende jetzt das renommierte US-Carto-Institut, richtet sich 2008 an Präsident Obama und sagt, with all due respect, Mr. President, that is not true. Es ist schon lange bekannt, dass sich hier 150 waren es damals, 2008 Wissenschaftler an die Regierung, amerikanische Regierung gewandt haben, gesagt, warum macht ihr das? Das ist einfach nicht wahr. Darauf hat natürlich dieses Carto-Institut keine Antwort bekommen, selbstverständlich und Hendrik Svensmark möchte ich hier nochmal erwähnen, der genau das sagt. Klimaforschung ist keine normale Wissenschaft mehr, sie wurde völlig politisiert, also liegt nur noch in den Händen der Politik und die Ausführenden sind die Klimawissenschaftler, die dafür natürlich bezahlt werden. In den letzten Jahren besteht gar kein Interesse mehr an neuen Erkenntnissen, man hat sich auf eine Theorie geeinigt und fertig. Das widerspricht zutiefst den Prinzipien von Wissenschaft und die Mainstream-Medien, die schweigen dazu. Sowas findet man so nicht. Da bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich habe mich gefreut, dass es, wenn es viele interessiert, aber ich habe viele Anregungen, glaube ich, gegeben, mal selbst im Internet nachzuschauen, denn was uns über die Mainstream-Medien berichtet wird, muss man wirklich von vielen, vielen Stellen, gerade wenn es heikle Themen sind, ein Fragezeichen dahinter machen und man geht besser ins Internet und informiert sich da. Zum Beispiel über den medialen Widerstand, das ist für mich so ein Schlagwort, der mediale Widerstand im Internet, der zeigt die Wahrheit, wo vieles viel deutlicher, als uns in den Medien vorgespielt wird. Schönen Dank.